So fließt mir der Alk direkt ins Hirn. Du hast mein Geld für Alkohol ausgegeben? Du solltest doch einen Digital Receiver kaufen. Entweder du bringst mir bis morgen früh eine Digi-Box oder ich verlasse dich. Wer kommt denn nach Hober, Nemi? Du hast doch gar keine Kohle. Ich hab da ein paar Ideen. Braucht jemand eine Taxifahrt? Ich fahr sie für 20 Euro. Du verdammte Amateur! Schaff dich! Er hat mich angegriffen. Mir reicht es jetzt. Ich habe gehört, du willst umziehen. Do you need help? Doin! No problem. Das ist eine alte Tradition. Auf die beschissene Welt. Au, die scheiß Welt. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ihr Rücklicht nicht funktioniert. Aber sie erzählen so viel Schwachsinn, dass ich sie mal pusten lassen sollte. Ja. Das war ein Killerlesben. Die Blonde war keine Lesbe. Ich will was Romantisches. Oh Gott, nein. Was soll das? Fahr jetzt nach Hause. Ich hab die Schnauze voll. Ich geh schlafen. Bist du dir absolut sicher? Absolut. Was ist mit euch Männern bloß los? Irgendwas läuft doch in eurem Gehirn falsch. Telefonnätisch. Ja. Bis zum nächsten Mal.